Ich gratuliere. Wie es aussieht, haben Sie Kabatou gefunden. Sie müssen jetzt die Kommunikation zwischen den Einheiten unterbrechen, indem Sie die Satellitenschüssel zerstören, die die Söldner dort aufgebaut haben. Wenn da erst einmal das Chaos ausgebrochen ist, fliehen Sie, und danach suchen wir wer. Ja, und damit willkommen zurück zu Far Cry 1. In Kabatou sind wir ja jetzt. Wir sind irgendwo dahinter, hinten hinterm Meer sind wir von der Flugzeugträger-Tankstation verschwunden, um nach Kabatou zu kommen, um, wie der Dolch schon sagte, hier das Kommunikationsnetz zu unterbinden und so weiter. Ich muss ihn ja nicht wiederholen. Er hat ja alles gesagt gerade. Und dann wollen wir mal. Wobei, ey. Ich hoffe, das geht gut. Also letztes Mal hatte ich ja einen guten Lauf. Ob ich hier heute auch einen guten Lauf haben werde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie oft wir heute sterben werden. Ah, da war der eine, der seinen komischen Akzent da gefälscht hat. Ich mach mal Einzelschuss erstmal, so lange wir hier hinten sind. Na, komm. Ja, komm. Scheiß auf Einzelschuss. Wir gehen da jetzt einfach rein. Nicht dazu voll. Oh. Okay, das war wohl doch nicht so clever, einfach reinzulaufen. Ich dachte, ich mach ein bisschen Action hier. Aber ja, ich hab ja vergessen, dass wir hier Far Cry 1 spielen. Berüchtigt für seinen Schwierigkeitsgrad. Was ist denn das hier? Komm, das... Was hat das jetzt gemacht? Au, 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 au. Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Was ist hier los? Da hinten, da. Ich hab keinen Bock zu sterben. Wo denn? Uah! Wo siehst du mich denn? Ach, da hinten ist er. Und frisst du Munition. Oh Mann, ey, das sieht nicht so gut aus. Ich glaub, ich mach das gleich nochmal von vorne. Ist er tot? Ja. Boah, da ist ja noch einer. Ja, komm. Da hab ich jetzt ein bisschen rumgealbert. Gratuliere. So. Ja, toll, ist okay. Äh, ja, warte, lassen wir den mal kurz ausreden, dann möchte ich noch was sagen. Indem sie die Satellitenschüssel zerstören, die die Söldner dort aufgebaut haben. Wenn da erst einmal das Chaos ausgebrochen ist, fliehen sie und danach suchen wir wer. Okay. Mir ist nämlich aufgefallen, das ist mir halt nach der Aufnahme aufgefallen, dass die Zwischensequenzen, also vor allem die Zwischensequenzen, teilweise sehr stark geruckelt haben. Ich hoffe, das Problem konnte ich jetzt beheben. Ich wollte halt, das waren drei Aufnahmen, also drei Folgen am Stück, die wollte ich halt jetzt nicht wegwerfen. Ähm, aber ich hoffe, das Problem hab ich jetzt gelöst. Ist halt echt ärgerlich, aber gut, was soll man machen? Ist jetzt leider so. Aber jetzt müsste es eigentlich funktionieren. So, da haben wir einen. Da können wir was sprengen. Sehr schön. Ah, guck mal, und die gehen jetzt da hinten zum Fass, weil die denken, das kam von da. Ach, das ist ja interessant zu beobachten, auf jeden Fall. Das ist interessant. Da lernen wir jetzt mal ein bisschen die KI hier kennen. Uns hat bisher noch niemand auf dem Schirm. Wo ist der andere? Da. Ja, der kommt auch her, wenn du weißt, wo ich stecke. Nein, ich geb nicht auf. Ich hab grad erst angefangen. Und jetzt sind die anderen dran. Jetzt sind die anderen dran. Wo haben wir die denn? Ich halte Ausschau nach Fässern, die man springen kann. Hier ist auf jeden Fall ein Hai. Interessant. So, haben wir denn hier was? Guck mal, das läuft doch jetzt schon viel besser als davor, die Runde. Munition. Noch mehr Munition. Leben haben wir hier. Und ein kleines Fensterchen. Da hinten ist einer. Aber... Oh Mann. Das gemeine ist, die können halt durch Wände schießen. Nein. Hört auf. Ja, dann sollte ich mal lieber... Oh Gott, Hilfe. Hier und hinter den Steinen in Deckung gehen. Wenn die durch Wände schießen können. Den Hintern versohlen? Was? Bist du zu lange hier auf der Insel gewesen allein, oder was? Mir versohlt hier niemand den Hintern, damit das klar ist. Soll ich jo mal eben leben? Rüstung haben wir hier keine, ne? Ne. Ich höre doch was. Mann, ist das gemein, wenn die durch Wände gucken können. Schnauze! Ey Leute, das ist gemein. Ja, jetzt beginnt halt der Spaß, ne? Jetzt geht's halt los mit der Schwierigkeit. Nein, das wollte ich nicht. Doch, Mann. Ich wollte eigentlich den Granaten-Modus wechseln. Aber das ist alles so... Was ist denn hier los? Letztes Mal ging das so gut. Was schreien die denn so? Was soll denn das? Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Das reicht jetzt langsam. Stopp jetzt. Schluss. Ja. Auf zu gucken. Na. Du bist am Ende. Och, Mann. Stirb doch da jetzt, Mann. Äh. Oh. Anstrengend. Schon ein wenig anstrengend. So. Ach, Gott. Leute. Dann muss ich ja jetzt richtig langsam hier und vorsichtig sein und ach. Na gut. Na gut. Haltet uns da schon jemand auf dem Schirm? Ja. Das wird man in den heutigen Spielen nicht mehr haben. Dass Gegner einen von so einer Distanz her sehen können. So, da war ein Boot. Bietet sich an, dort hinten eine Granate hinzuwerfen. Dann stehe ich den wieder auf. Hä? Ich drücke doch. Hallo? Irgendwie wollte er gerade nicht. Boah. Mann. Wer denn? Nein. Wo ist der? Ja, da ist er. Ist er tot? Ja. Okay. Och, Gott, ey. Oh, ich muss niesen. Och, nö. Was ist denn hier los in der heutigen Aufnahme? Okay. Munition, Munition. Leben wollte ich noch mitnehmen. Und dann, äh, gehen wir mal weiter. Wir haben ja hier wunderschön viel Deckung hier, dieses ganzen Steinen. Und alarmiert ist dort hinten zumindest keiner. Ein Scharfschützenquell wäre hier super praktisch, ey. Haben wir hier irgendwas? Und das hier? Keine Rüstung, nee. Äh, okay. Dort haben wir Büsche, wo wir uns verstecken können. Na gut, dann wollen wir mal. Das sieht ja interessant aus. Langsam mit Bedacht. Wir haben die Leute alle auf dem... Sie sollten auf dem Hügel eine alte Betestigungsanleihung aus dem Zweiten Weltkrieg sehen können. Gehen Sie hoch und zerstören Sie die Kommunikationseinrichtung. Ja, machen wir. Wieso ist das Boot hier? Guck mal, die haben wir ihn gesehen. Alter! Was ist das denn? Alter, wie ist der denn draufgespr... Hä? Wie ist der denn draufgesprungen? Alter, was ist das für Leute? Sehe ich da jemanden? Irgendeiner ist schon... ...alarmiert. Da hinten. Sehr schön. Okay, ich bin wieder drinne. Ich bin wieder drinne. Jetzt geht's wieder voran. Ist halt schwierig, wenn man so ein paar Tage draußen ist, da wieder reinkommt. Da muss man erst mal wieder mit dem harten Schwierigkeitsgrad klarkommen. Da hinten geht einer. Okay. Ich überlege gerade, wie greifen wir am besten an. Ich habe noch keine Ahnung. Ich nähere mich einfach ein bisschen und hoffe das Beste. Schön in den Büschen bleiben. Gesehen werden wir langsam. Okay. Langsam. Haben wir da was Explosives dort. Wir könnten... So, die kommen jetzt langsam zu uns. Kommt schon. Okay. Schöne Deckung gehen. Sollen die... Sollen die zu uns kommen? Sollen die zu uns kommen? Die sehen uns nicht. Die wissen nicht, wo wir gerade sind. Wir haben alle... Wir haben alle auf dem Radar. Das heißt, wir wissen, wo alle sind. Guck mal, die schießen random irgendwo rein. Ja, Sir. Vorwärts auf der rechten... Den haben wir. Boah, ist das... Schwierig, ne? Verstanden. Ist wieder nicht erwischt. Schon dabei. Er steckt da irgendwo im Busch. Wer hat uns getroffen? Da. Ja, Sir. Ja, komm her. Okay. Da. Na, scheiße. Mann, wie sieht er uns denn? Geh weg. Lass mich Ruhe. Bestätigt. So, dann haben wir den. Oh, zieht sich das. Am liebsten würde ich jetzt einfach auf leicht hier durchrushen. So. Da ist einer. Und da hinten sind noch welche. Können wir die ablenken, wenn wir die Tonne da hochjagen? Und dann gehen die zur Tonne. Oh, wir sind fast tot, sehe ich gerade. Huch. Ähm. Toll. Äh, hallo. Ich sollte aufpassen, wo ich meine Granaten hinwerfe. Das ist cool gemacht, dass es sich so Löcher gibt. Aber ich verstehe, warum man aufgöttert, die zu machen. Alter, die fangen wieder an, durch Wände zu schießen. Kann ich auch. Das ist so gemein, wenn die das machen, ne? Ich meine, es ist ja cool, dass man durch Holzwände schießen kann. Ist ja auch irgendwo realistisch, ne? Holz ist ja auch kein super stabiles Material. Aber es ist trotzdem schon gemein, wenn die Gegner einen dadurch sehen. Wollen wir den denn? Wo ist er denn? Wo ist der? Da hinten. Der scheint da im Gebüsch zu sein. Ich habe Angst, dass er uns sieht und uns dann einfach killt. Aber ich glaube, der ist zwar alarmiert, aber ich glaube, der kommt da nicht weg. Wir können ja mal unser Glück versuchen. Oh, habe ich den gekillt? Hm, das war ein Glücksshot. Oh, dann hoffen wir mal, dass wir hier Leben finden. Und ich habe immer schön ein Auge unten links auf dem Radar, ob wir gesehen werden. Leben brauchen wir hier ungemein und Rüstung vor allen Dingen. Und was ist denn hier? Okay, hier sehe ich nichts. Oh, lecker Bananen. Hm, Bananen. Okay, dann gucken wir hier mal in die Hütte, weil es sieht echt nicht gut aus, ne? Scheiße. Oh, hier. Oh, Gott. Aha, warte mal. Welche soll ich denn ablegen? Ich glaube, ich lege die hier ab. Ne, wobei, die Pistole. Die Pistole können wir ablegen. Die verwende ich eigentlich gar nicht mehr. Wo war denn das? Auf J, ne? Ja. Oh, da haben wir unser langersehntes Scharfschutzgewehr. Oh, schön. Ich gucke hier unten nochmal kurz rum. Warte mal. So, hier bin ich aber schneller. Ob es hier noch irgendwas zu sehen gibt, irgendwas zum Sammeln gibt. Das hier sieht ja alles sehr verdächtig aus. Man hätte, glaube ich, mit dem Boot theoretisch hier rumfahren können. Guck mal, was haben wir denn da? Es gibt so viele Wege, ans Ziel zu kommen, ne? Kann man... Nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Dann haben wir den. Den. Einschuss haben wir noch. Mit dem Boot kommt er nirgendwo hin. Ach, der fährt mit dem Fahrzeug. Stopp! Stehen, ihr Lieben! Nein! Nicht die Leute alarmieren! Bleib doch bitte hier! Der fällt einfach weg. Naja. Schön sieht das dann aus. Dann gucken wir uns hier mal um. Hier ist ein Panzer. Hier muss doch irgendwas liegen. Das sieht doch hier sehr verdächtig aus alles. Wenn ihr nix ist, dann würde ich gleich den normalen Weg einfach gehen, wie er vorgesehen ist. Ja, gehen wir da hinten rum. Gehen wir einfach da hinten rum, wie es vorgesehen ist. Ich glaube, da macht man nix verkehrt. Vor allem, da der jetzt da lang gefahren ist. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt hinterher. So, das mit der Ausdauer ist auch so eine Sache, ne? Ich stehe am liebsten mehr davon. Die ist immer so schnell weg. Dann darf man hier schleichen. Ja, wirklich. Weizen war jetzt bisher nicht gekommen. Von da hinten bis hier hin. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wow. Hm. Aber gut. Aber gut. Wir haben ja noch Zeit. Gehen wir mal hier hoch. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Und was uns hier alles begegnet. Hier mal. Okay, wunderbar. Was haben wir hier? Ah, interessant. Interessant. Aber das brauchen wir nicht mehr. Ich gucke gerne mit dem Fernglas voraus. Weil das Fernglas ja irgendwie durch Büsche gucken kann. Und dann... Ich hätte da einen Tipp für Sie, Jack. Ja. Entlang der Pfade werden Sie vermutlich auf mehr Widerstand stoßen als im Dickicht. Wenn Sie also im Dschungel bleiben, dürfte das Ihre Überlebenschancen erhöhen. Okay. Hier ist auch so ein kleiner Pfad im Dschungel. Dann gehen wir den einfach mal. Wenn der hofft... Ja, wer bist du denn? Ja, hi. Der ist ja unser Freund wieder. Bist du nicht hergekommen? Okay, dann gucken wir mal nach hier oben. Da haben wir hier jemanden. Hallo? Mann, ist mir langweilig. Ich wünschte, hier könnte man noch was anderes machen, als sich nur den Hintern platt zu setzen. Hast du was gesehen? Was willst du eigentlich? Das ist der beste Job aller Zeiten. Den ganzen Tag hängen wir am Strand ab und spielen mit unseren Knarren. Was will man mehr? Oh, klar. Der Teil des Jobs ist cool. Aber hier zu sein, das nervt. Eigentlich möchte man doch meinen, dass der Job eines Söldners abwechslungsreicher ist. Hör mal, Junior, du solltest dir lieber wünschen, dass es so langweilig bleibt. Es gibt eine einfache Regel. Wenn das Leben eines Söldners beginnt, aufregend zu werden, kann es auch schon schnell zu Ende sein. Ja, Alter, sagst du was? Okay. Den haben wir. Oh, ich hasse es immer, wenn ich mich aus Versehen ducke. Den haben wir. Du noch. Komm her. Den haben wir. Sehr schön. Munition mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Ganz viel Munition mitnehmen. Wow, wow, wow. Da ist ja noch einer. Ja, komm nachher. Das war's, ne? Ne, noch nicht. Was ist jetzt? Oh, der hat Spaß. Wow. Wo ist das? Wer? Kennen wir uns? Was ist er? Nein. Nein. Hör auf! Meine Rüstung! Arschloch. Ach, die Gegner lassen unter anderem auch was fallen. Nett. Nett, nett, nett. Haben wir hier noch jemanden? Da hinten. Ach, das ist der mit dem Fahrzeug. Wieso hat er nichts gemacht? Was war mit dem? Was ist mit dir? Warum warst du so still? Na gut. Ich wünsche dir, wir würden wieder Munition für die Sniper bekriegen. Aber gut. Das klappt echt super mit der Sniper. So, ich hab da oben was gesehen. Oh, Alter, warum hat das so geruckelt? Das hat viel Aufmerksamkeit auf uns gebracht, aber wir haben damit, glaube ich, auch einige Leute umgebracht. Ist da noch jemand? Ich gleich mich mal nach oben. Ist hier irgendwas Leben oder so? Nee. Nee, sieht nicht da noch aus. War schön hier oben. Irgendwie schön hier oben. So. Immer schön mit dem Fernglas voran. Gehen wir links oder rechts? Hast du gehört, dass auf der... Da hinten sind welche? Wo geht's da lang? Gehen wir erstmal hier lang. Aber ich glaube, hier ist eine Sackgasse, ne? Ja. Oder doch nicht. Hallo? Oh, ist das dunkel hier. Ihr habt ein Riesenproblem. Ihr entlückt eine Spinnerung, die jede Menge Schaden anrichtet. Einer, dass ich nicht lache. Ist sehr interessant. Wo kommen wir denn hier hin? Was ist das? Das kann ich nicht mitnehmen. Was ist das? Eine Taschenlampe? Wie setzt man die ein? Warte mal. Ich werfe mal das hier testweise weg. Nee. Verstehe ich nicht. Das ist doch eine Taschenlampe. Das kann ich doch mitnehmen, aber... Hä? Normalerweise ist Taschenlampe immer auf... Vielleicht auf L für... Auf L für Licht. Für L... Na, was ist das denn für eine Steuerung? Okay, Moment. Moment. Okay. Ach, wo geht's denn hier lang? Was haben wir denn hier? Oh Gott. Mein Gott. Arschloch. Du kannst mich doch nicht so erschrecken. Alter. Alter, hab ich mich erschrocken. Mein armes, armes Herz. Hast du was gesehen? Nein. Okay. Hallo? Siehst du das auch? Nee. Ich höre Leute, aber ich sehe keine. Oh, da war einer. Wo ist der andere? Hast du was gesehen? Ich komme, um dich zu holen. Nein. Lass mich. Ah. Nein, ich bin tot. Nicht schon wieder. Ah. Muss ich überhaupt hier sein? Siehst du das auch? Bin ich überhaupt richtig? Bin ich hier richtig, Leute? Hey, was war das? Ich weiß es nicht. Verdammt, ich kann nichts mehr sehen. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die hier machen. Jetzt zu spät. Hey. Wow, da kommt noch einer. Was ist denn hier los? Ja, kommt alle her zu mir. Kommt her zu mir. Ja. Wieso sind wir so schnell tot? Ich verstehe es nicht. Komm, wir machen... Achso, wir haben schon... Hast du das gehört? Warte mal, kein Wunder. Der hat nicht gespeichert, dass ich das hier eingesammelt habe. Ich hätte gerne was mit Schalldämpfern. Hast du was gesehen? Nein. Schnapp ihn! Ach, was zur Hölle! Ich bleib hier jetzt... Versteckt. Ja, komm doch her. Komm doch her, mein Freund. Ich seh doch deinen Schatten. Denn... Hey, ich hab dich voll am Kopf getroffen. Nein. Wer dich hat der Spaß? Was ist denn hier los? Gar nichts. Hier ist nur ein... Oh. Was für eine Pose. Elegant. Aber da oben... War ja auch einer. Aber ich glaub, der ist auch nicht mehr da. Ah, okay. Ah. Können wir alles nochmal mitnehmen? Haben wir keine Leben verloren? Alter, nice. Was haben wir hier? Aha. Interessant. Ich hätte aber gerne eine Schutzweste. Ich hätte sogar sehr gerne eine Schutzweste. Ich komm hier nicht hoch. Und wo zum Teufel sind wir hier? Und wo geht's denn hier jetzt lang? Aber ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Was ist das hier? Hä? Jetzt sind wir ja hier. Ah. Achso, man kann hier rumgehen. Das wusste ich gar nicht. Das hab ich gar nicht gesehen. Schön. Ich kann mich aber daran erinnern, dass man draußen auf jeden Fall rumlaufen sollte. Ist das Ganze hier denn so richtig? Ich glaube, wir umgehen gerade etwas. Das gefällt mir nicht. Das ist natürlich der einfache Weg, den wir hier, glaub ich, gehen. Was ist denn jetzt hier? Ach. Okay. War interessant, aber irgendwie gebracht hat es uns nicht viel. Was? Als ob mich jetzt jemand sieht. Wie denn? Der sieht mich gar nicht. Der schießt random einfach nur irgendwo hin. Die sollen mal aufhören damit. Das ist ja schon fast menschlich, hier verhalten. Wo ist er? Da hinten. Ich hoffe, dass da hinten eine Schutzweste ist. Ach, komm, lass mich doch in Ruhe. Oh, ist der nervig, ne? Möchte ich halt gerne alle töten, in der Hoffnung. Wegen Schutzweste. Oh, was? Wo, 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 wo denn, wo denn wer denn noch? Da. Komm mal aus dem Busch. Komm mal aus dem Busch. Freundchen. Kommst du da aus dem Busch bitte raus? Wo ist der denn jetzt? Freundchen? Freundchen? Ich höre ihn doch. Aber, wo ist der? Der ist die ganze Nähe. Ist er das? Ne. Da. Du da, in dem Hemd. Ach. Och, Mann, oh. Oh, nee, komm, wisst ihr was? Ich gehe einfach weiter. Ist mir egal. Ciao, Leute. Lasst mich Ruhe. Ich habe da keinen Bock auf euch. Aber ich möchte die schon gerne mitnehmen, weil ich... Letzter Versuch. Ich versuche das nochmal mitzunehmen und wenn es nicht ist, dann lassen wir die halt da, wo sie sind, okay? So. Wir werden gar nicht gesehen. Guck mal, die schießen einfach random. Die schießen einfach random. So, ich gehe mal hier oben erstmal gucken. Ja. Ach, diese Steuerung manchmal. Das ist der Nachteil bei Tastatur, ne? Mann. Oh, oh. Ich glaube, der hat da was Dickes. Na, ach doch. Uah. Wollen wir gerade von links? Ne, du gehst ja nicht wieder zurück. Komm, da kommen sie jetzt alle. Och, nö, das wollte ich doch nicht. Könnt ihr da hinten bleiben, bitte? Ich wollte hier rechts bei mir eigentlich nur aufräumen. Euch da hinten wollte ich doch gar nicht anlocken. Wollt ihr die hier anlocken? Da ist er! Ah. Ich kriege die Krise. Ich bin blind! Ich bin blind! Sehr schön. Okay, den haben wir, den haben wir. Ist der andere da. Och Mann, Leute, das ist doch nicht wahr! Letzter Versuch. Ansonsten schneide ich den erfolgreichen Versuch rein. So machen wir es dann einfach. Ich versuche jetzt hier, das hier ordentlich aufzuräumen. Nein! Ach, diese Steuerung. Ja. Also wie gesagt, das ist der Nachteil bei Tastatur. Man muss sich die Tasten da immer suchen. Hör auf, so viel einzustecken, Freundchen. So, die da oben lassen wir mal. Ich höre ein Boot. Ich hätte halt gerne Munition, ne? Also eine Rüstung und vor allem die Munition für unser Scharfschützengewehr. Und ich hoffe, das finden wir hier unten. Wenn wir einfach den Pfad zurückgehen. Den war... Wo denn? Alter, was haben die denn für Augen? Das ist nicht wahr. Leute! Nein! Ach, macht doch die Granaten. Ich brauche Leben! Jetzt schießen die da von oben wieder. Huch, was war denn das? Granaten werfen uns auch noch. Wo steckt der Kerl? Hier muss es doch irgendwo Leben geben. Wir müssten eigentlich alle jetzt hergelockt haben. Hier gibt es auch keine... Na, geh doch da! Typ! Typ! Mann! Okay. Da ist ein Boot. Ne, keine Leben. Hab ich das Ganze jetzt umsonst gemacht? Ist das jetzt... Ist das so? Wenn ja, dann riech durch, ne? Ich glaube, ich habe alles umsonst gemacht. Ja. Aber eine Sache. Jetzt, wo wir hier unten sind. Hier ist doch jemand gestorben. Ziemlich weit unten. Die Sachen müssen da ja eigentlich noch liegen. Da hat der eine doch eine Schutzweste verloren. Da möchte ich gerne hin. Und mir wenigstens die mitnehmen. Der war hier gestorben, ne? War der hier gestorben? War das noch weiter unten? Ach, Leute. Ich bin auf Verzweifeln gerade ein bisschen. Ich bin ein bisschen am Verzweifeln. Ich weiß nämlich nicht, wie wir da oben das voreinnehmen sollen. Wenn wir hier auf halb acht sind quasi. Ne, ich habe keine Ahnung, wo das war. Wenn er hier nicht ist, dann... Hier war das. Hier hat er die verloren. Hier unten war die. Genau hier im Busch. Ja, aber wo ist die Schutzweste? Ich bin wegen der Schutzweste hergekommen. Nicht wegen... Ich nehme es, das Auto. Das ist mir zu blöd. Ich nehme das Auto, fahr jetzt nach oben. Ich habe keine Lust mehr. Wo ist das Auto? Ich habe jetzt so viel Leben. Das ist ärgerlich. Ärgerlich. Aber mit dem Auto kommen wir nicht weiter. Da ist doch schon die Treppe. Sorry, Leute. Sorry. Heute bin ich nicht so Pro wie gestern. Beziehungsweise... Ne, für euch... Auch für euch ist ja wieder ein paar Tage vergangen, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich heute nicht so Pro. Granaten haben wir voll anscheinend. Dann kamen wir heute ja wirklich weit. Ich gehe noch oben zum Vor und gucke... Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch... Ach, Mensch. Bin ich irgendwie schlecht? Oder ist das Spiel halt wirklich so schwer? Ja. Kann ja sein, dass ich gerade auch einfach nur schlecht bin, ne? Alter. Alter, ne. Ne, 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 ne. So beende ich die Folge nicht. Ich sterbe nicht wegen dir. Nein! Och, Mann, oh! Ah, 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 ah. Leute, wir machen hier nächstes Mal weiter. Alter, ist das frustrierend, ne? Boah. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.